Willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal und wir spielen wieder DPS und sind auf dem Weg so grob Richtung Platin 4 glaube ich. Wir müssten so bei 80% oder so glaube ich sein. Oh der Kree Slow. Nice den hab ich. Okay Bro. Okay. Oh ich hab den Zen. Wundervoll. Oh 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 nein das Haus hat was gegen mich. Scheiße Risa. Ah Kacke. Das war jetzt ein bisschen doof. Oh 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 okay. Die Mercy revt mich. Ehrenfrau. Ja. Er hat was gegen mich. Auf jeden Fall. Ich. Mega. Wieso krieg ich denn hier jeden Speer in die Presse. Was soll das denn. Aber der Hawk muss switchen eigentlich. Und ich müsste auch gleich switchen. Ich werde gleich sowas drin auf den Bastion oder so wechseln. Irgendwie kommen sehe ich mich gerade. Eigentlich auch halt eher nicht mit einem Soldier muss ich sagen. Autsch. 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 Ehrenmercy. Autsch. Ah schade. Ich hab gehofft dass der Hawk den Kree ein bisschen. Okay rein. Nice. Will die Mora haben. Ja. Nice. Ne senkt mich vielleicht auch noch. Oh mein Gott. Jetzt ultet der und ich hab gehofft mir eben. Was soll der Scheiß. Aua. Hilfe. Ich hoffe auch dass die Soundqually besser ist. Ich hatte in der in einer der letzten Runden irgendwie ultramisen Soundqually. Weil beim. Also zum einen hatten meine Nachbarn letztens irgendwann die ganze Zeit rumgebracht. Und irgendwie waren die. Also hatte irgendwie. Also in demnach gibt es so ein Setting für exklusive Rechte über irgendwie Audiogeräte oder so einen Scheiß. Oder die Anwendung hat die alleinige Kontrolle oder so. Das war halt irgendwie aktiviert. Und irgendwie war es zwar in Qualität. Deswegen halt nur X. Aber das habe ich ausgemacht. Und es könnte seitdem auch wieder ein bisschen besser geworden sein. Hoffe ich. Ja. Da verstecke ich mich jetzt auch einfach. Ja. Schade. Life Reaver. Ja. Das ist doch ein bisschen Kacke irgendwie. Also. Okay. Mein Junk hat eine Scheiß Elim. Weiß ich nicht Bruder. Ja. Der Hock muss auch switchen unbedingt. Das bringt nichts mit einem Hock gegen ein Horse. Orisa ist einfach Hard Counter. Ah. Kacke. Okay. Ich switche jetzt aber auch auf den Bastion. Dann kann ich zumindest das Horse ein bisschen counteren. Aber ist hier eigentlich ein bisschen schwarz für den Punkt muss ich sagen. Ja. Okay. Also ohne Mercy wird das sowieso nichts. Der Junk ist schon wieder gestorben. Er steht jetzt 1-3. Er ist ein 0,3er KD. Auch ganz entspannt. Ja. Hier. Dann holt euch den Punkt jetzt. Gut. Wir greifen wieder an. Ich habe gerade meinem Tank geschrieben, dass er Hock switchen soll. Weil Orisa halt Hard Counter ist. Und er hat es actually gemacht. Ehrenmann. Ich habe etwas Hoffnungen für diese Runde. Aber mein Junk ist halt auch immer noch scheiße. Insofern habe ich an der Stelle auch weniger Hoffnungen tatsächlich. Okay. Aber der Tank von denen ist jetzt schon super low. Oh. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in großer Gefahr. Ja. Reiner. Oh. Scheißen. Dreck. Ja. Ich glaube ich hatte Discord auch mit drauf. Vermute ich jetzt einfach mal. Der Kree hat mir plötzlich so viel Schaden gedrückt. Ja. Ja. Discord. Das hat böse geschadert. Das war ein wenig ungesund. Für mich. Und mein Leben. Ich hoffe der Tank kommt da raus. Ich raff diese Bullets auch nicht. Habe ich aber irgendwie die Tage schon in der Runde mich die ganze Zeit drüber aufge... Natürlich. Oh. Da wäre ein Healpack gewesen. Ich habe es nicht gesehen. Schade. Raff die Mercy mich vielleicht. Habe ich Glück. Ja. Der Kree von denen läuft halt gerade einfach. Komplett Rampage da rum. Und tötet alle. Ja. Ist gut. Der gegnerische Junk tut halt at least irgendwas. So. Er ist halt besser als ich. Aber ist auch gerade nicht schwierig. Besser als irgendjemand aus meinem Team zu sein. Weil ich bin momentan irgendwie so... Nein. Der Tank und ich sind die Einzelnen jetzt irgendwas so halbwegs tun machen. Tun. Was. Können. Aua. Ich wurde ja super humiliated. Hilfe. Aber ich bin noch irgendwo hängen geblieben. Müssen wir einfach irgendwie jetzt laufen. Ich habe das irgendwo eine kleine Kante... Ah. Ja. Keine. Irgendwo davon wahrscheinlich. Okay. Sigi hat Leute getötet. Moira und Orisa. Das ist gut. Ja. Junk wird jetzt aber sowas von sterben. Oder auch nicht. Weil der scheiß Sende ultet am Arsch. Was ne scheiße Dinger. Ja. Ne. Ich ult jetzt auch erstmal fix. Ihr kommt da nicht mehr raus. Kannst du aufhören, um dieses dumme Auto rumzuspülen? Ey. Das ist ja so stupid, ne? Also die... Ne. Weis ich jetzt nicht. Das ist ja so stupid, das ist ja so stupid, das ist ja so stupid. Untertitelung des ZDF, 2020